Ja, der Wolf 3.0 stellt nun wirklich überhaupt gar keine Ansprüche ans Fluggelände. Das ist hier Acker und da können wir ganz normal starten, ist überhaupt gar kein Problem. Ich mache euch das mal vor. Einfach voll durchziehen und gib ihm. Genauso einfach ist dann auch die Landung. So easy ist das. Und wenn mir das gar nicht gefällt, wo der da steht, weil ich dann laufen muss, dann mache ich es einfach nochmal. So, zum Ladden braucht es auch nicht viel. Also wenn es sein muss, kann man den Wave auch in eine Wiese schmeißen. Das mache ich jetzt mal. Da passiert dem gar nichts. Und jetzt machen wir mal einen Handstart. Das geht nämlich auch. Das ist wirklich super easy. Und das sollte jeder mit ein bisschen Übung hinkriegen. Bis dahin, euer Joe. Bis dahin. Bis dahin. 쉬ées Untertitelung des ZDF, 2020